Liebe Kollegen aus St. Panteleon und aus Pazee, mit der Jassen wird es leider nichts, weil wir werden das Ding auf jeden Fall rocken da heute im Freibad und mal schauen, wie dann das nächste Nominiert wird. Die Zache, mit der Jassen wird es leider nichts, Musik 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 Der Musikverein Schöner hat die Challenge bestanden und wir nominieren. Der Musikverein Liebenau, die Feuerwehrmusikkapelle Windhag Befreistadt und der Musikverein Herzogsdorf.